Hier sehen Sie ein Blutbild. Tatsächlich habe ich heute ordentlich geblutet, denn ich bin probant in der Tübinger Impfstoffstudie. Es soll ein Impfstoff gegen das Coronavirus gefunden werden. Dafür muss ich einmal die Woche eine Menge Blut lassen. Heute will ich mit Saskia Biskup darüber sprechen, ob dieser neuartige Impfstoff auf RNA-Basis so gefährlich sein kann, wie Professor Bakhti dies in einem Video behauptet hat. Herzlich willkommen, Saskia Biskup. Saskia Biskup ist Inhaberin und Gründerin eines Unternehmens, ich glaube mittlerweile über 200 Beschäftigte, die sich insbesondere mit Gentechnik befasst. Was genau macht denn die CEGAT, die Firma, die Sie gegründet haben? Also wir sind spezialisiert auf genetische Diagnostik. Das heißt für Krankheiten, wo man denkt, dass sie eine genetische Ursache haben könnten, finden wir mit moderner Technologie schnell die Ursache. Also jemand, die was tatsächlich von Gentechnik versteht und um die soll es heute gehen. Gentechnikbasierte Impfstoffe. Tübingen ist da weltweit führend. Die Technologie wurde sogar in Tübingen entwickelt. Die CureVac, eine andere Firma, die in der Nachbarschaft residiert, hat dafür jetzt viele hundert Millionen Euro Gelder bekommen, auch von der Bundesregierung und von der Börse in New York. Und jetzt wird behauptet von Professor Bhakti, dass es sich dabei um ein hochgefährliches Experiment, um einen Menschenversuch handelt. Dem möchte ich gerne nachgehen. Und ich habe hierzu den Professor Ramensee einmal schriftlich befragt. Professor Ramensee hat vor 25 Jahren diese ganzen Technologien hier in Tübingen mitentwickelt und er hat jetzt an einer Studie mitgewirkt, die zum Ergebnis hatte, dass bei 81% der untersuchten Menschen sogenannte Kreuzimmunität vorliegt. Darauf bezieht sich Professor Bhakti in seinem Video. Und ich habe Herrn Ramensee gefragt, was ist denn davon zu halten, dass diese Kreuzimmunität tatsächlich vor Corona schützen könnte? Darauf schreibt er mir, lieber Herr Palmer, diese Aussage ist Quatsch. Richtig ist, dass wir in 81% nicht infizierter Menschen T-Zellen finden, die kreuzreaktiv gegen eines der vielen Peptide sind, die wir getestet haben. Kreuzreaktiv bedeutet, dass diese T-Zellen auch mit Peptiden aus dem SARS-CoV-2-Virus reagieren. Daraus lässt sich keinesfalls ableiten, dass solche Leute immun dagegen sind. Schon gar nicht, dass diese vor der Krankheit Covid-19 schützen. Glaube ich doch eine ganz wichtige Klarstellung derjenigen, die die Studie gemacht haben, auf die sich Professor Bhakti bezieht. Aber dann geht es ja weiter. Dann sagt Professor Bhakti, die T-Zellen, die da gefunden wurden von Tübinger Wissenschaftlern. Diese T-Zellen, diese Killerzellen, die Kreuzimmunität würden dazu führen, dass Autoimmunerkrankungen zu befürchten sein. Er verwendet dafür das Bild einer Fackel und eines Sprengstoffes. Da wird also eine Fackel durch den RNA-Impfstoff in den Körper injiziert und dann explodiert der Sprengstoff, nämlich die T-Zellen. Und es werden möglicherweise, so sagt er, reihenweise Gehirn- und Leberzellen von Menschen, die mit diesem Impfstoff traktiert wurden, getötet. Also muss ich jetzt befürchten, dass ich als Proband dieser Studie, der wahrscheinlich diesen Impfstoff in sich hat, dass ich jetzt massive Gehirn- und Leberschäden oder Herzzellentod erwarten sollte? Also, um das mal mit den Worten von Professor Ramensee zu sagen, das ist natürlich vollständiger Quatsch. Also wenn man sich einmal mit dem Konzept befasst, also es geht ja darum, dass man versucht, das Immunsystem zu trainieren, Oberflächenmarker des Virus zu erkennen und damit eben auch das Virus zu bekämpfen. Und das, was man mit der Impfung letztendlich macht, ist ja, dass man über die RNA, das ist der Messenger letztendlich, der Virusbestandteile dann in den Körper bringt und damit letztendlich das Immunsystem trainiert. Das ist der Sinn der Impfung. Das ist natürlich ein faszinierendes Konzept, das ist höchst präzise. Und das, was da beschrieben ist, wird natürlich überhaupt nicht passieren, sondern das, was man erreichen möchte, ist, dass T-Zellen, also diese Immunzellen vorhanden sind und damit den Menschen, der geimpft ist, dann letztendlich schützen, falls eine Infektion stattfindet. Jetzt sagt aber Professor Bhakti, das sei ja noch nie am Menschen ausprobiert. Also sei es an sich schon gefährlich und er bringt da als Argument tatsächlich richtig, dass in Schweden mit einer Massenpflichtimpfung gegen die Schweinegrippe vor gut zehn Jahren leider eine hohe Zahl von Menschen schwer erkrankt sind, weil der Impfstoff nicht hinreichend sicher war. Und er sagt, wenn schon konventionelle Impfstoffe so gefährlich sein können, und das müssen wir zugeben, Impfungen haben ein Risiko, dann sind solche neuartigen Impfstoffe ja noch viel gefährlicher und deswegen sei es ein unverantwortlicher Menschenversuch. Er könne es gar nicht ertragen, dass es überhaupt ausprobiert wird. Was sagen Sie dazu? Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, weil die neuen Technologien und insbesondere das, was jetzt auch von der Firma CureVac entwickelt wird, ist ja eine so faszinierende und präzise Methode, dass genau das ja gerade nicht zu befürchten ist, sondern man erwartet ja, dass die neuen Methoden viel effizienter und am liebsten, oder das ist auch das, was man vermutet, ohne Nebenwirkung das Immunsystem trainieren. Und außerdem stimmt es gar nicht, dass es nicht schon am Menschen angewendet wurde, weil die Firma CureVac hat ja eine lange Expertise im Bereich der Tumorvakzinierung. Das heißt, da wendet man ja RNA-basierte Impfstoffe, hat man auch in Studien schon angewendet. Das heißt, man hat schon eine hohe Sicherheit, dass dort überhaupt gar keine Nebenwirkungen auftreten, sondern dass ausschließlich die Wirkung letztendlich da ist. Dennoch werden ja auch die Phasen letztendlich gemacht, die notwendig sind, um auch die Sicherheit eines solchen Wirkstoffes auszutesten. Ich habe auch nichts gespürt und ich kenne einige andere Probanden. 180 sind es derzeit, die in Tübingen geimpft wurden. Nur ein kleiner Teil, 17 Prozent davon, mit dem Placebo. Das heißt, doch eine hohe Zahl von Menschen. Und ich kenne jetzt niemand und die Studienleitung sagt mir auch, es gäbe auch niemand, der irgendwelche gravierenden Nebenwirkungen bisher gespürt habe, bei immerhin 180 Probanden. Trotzdem sagt Professor Bhakti, hier würde ein Menschenversuch durchgeführt. Millionen von Menschen sollen geimpft werden. Niemand wisse, wie der Impfstoff wirkt. Und dabei könnten Zehntausende schwer erkranken, 5000 Tote, sagt er wörtlich, seien allein in Deutschland zu befürchten. Was sagen Sie dazu? Ist das ein Menschenversuch, wenn wir jetzt neue Impfstoffe auf den Markt bringen? Ich denke, es ist völlig ungerechtfertigte Angstmache. Also ich glaube, es hat keine wissenschaftliche Grundlage. Also konzeptionell ist ja das Verständnis so, dass wir diese T-Zellen bekommen durch die Immunisierung, die letztendlich den Menschen schützen sollen. Das heißt, es wird wahrscheinlich so sein, wie man das auch schon vielen aus anderen Studien auch bei Tumor Vakzinierung auch erfahren hat, dass es den Menschen überhaupt gar keine Nebenwirkungen gibt. Aber, und das wird ja bei dir gerade getestet, dass die T-Zellen wirklich in dem Blut vorhanden sind, deswegen auch diese Blutinnahmen, um nachzuweisen, dass dieser Impfstoff dann letztendlich dazu geführt hat, dass dann auch eine Immunität vorliegt. Aber du merkst ja davon nichts, dir geht es gut und trotzdem wird der Körper diese Immunzellen herstellen und dann letztendlich hoffentlich auch wirksam sein. Ich werde mich auch jetzt nicht absichtlich dem Coronavirus aussetzen, sondern bleibe weiter vorsichtig, weil ich halt nicht weiß, ob ich immun bin. Aber soweit ich das verstanden habe, gibt es ja da noch eine Phase 3-Studie. Was passiert denn in der Phase 3 der Impfstoff-Testung? Ja, da wird man dann letztendlich auch die Wirksamkeit überprüfen. Das heißt, wenn jetzt jemand diese T-Zellen ausgebildet hat, also die Zellen im Immunsystem, die vor dem Virus schützen sollen, dann wird es sicher auch passieren, dass ein solcher Mensch auch mal konfrontiert wird mit dem Virus. Zum Beispiel in, wo werden die Phase 3-Studien gemacht, voraussichtlich auch in Teilen der Welt, wo eine hohe Durchseuchung im Moment auch stattfindet. Und dort wird man dann eben sehen, dass gerade, wenn man über die Untersuchung des Blutes eben sieht, dass diese Immunzellen da sind und dann trotzdem nachweislich eine Infektion auch dann stattgefunden hat, dass dann eben keine Symptome auftreten oder diese Infektion dann einfach ganz glimpflich vonstatten geht. Das heißt, es kann nicht passieren, was Professor Bakhti sagt, dass auf der einen Seite viele Menschen sterben, weil man einen ungetesteten Impfstoff verwendet und gar nicht weiß, welche Risiken der beinhaltet. Und auf der anderen Seite steht überhaupt kein Risiko, ist ja sein zentrales Argument, mit dem Impfstoff erreichen wir nichts, weil Covid-19 völlig ungefährlich ist. Jetzt weiß ich, dass Saskia Biskup selber die Infektion durchgemacht hat. Wie war das? Ja, also ich habe sehr, sehr großen Respekt vor der Erkrankung nach wie vor. Ich selber habe jetzt das Glück gehabt, dass ich sehr milde Symptome hatte. Ich wusste, dass ich Covid hatte. Das heißt, ich konnte mich auch in Quarantäne begeben und war auch drei Wochen in Quarantäne. Ich habe aber im engen Freundeskreis mitbekommen, dass es tödlich enden kann. Und das war eben niemand, der einen als Risikoperson gegolten hätte. Und insofern glaube ich, müssen wir, und das ist auch so gut und das ist auch toll, dass so viele Unternehmen weltweit, insbesondere jetzt auch die CureVac in Tübingen, da vorne mit dabei sind, diesen Impfstoff zu entwickeln, weil das wird die einzige Chance für uns sein, letztendlich langfristig auch mit diesem Virus zurecht zu kommen. Ich glaube, es heißt, es gibt zwei Doktortiteln in der Medizin. Stimmt das? Ah, ein Dr. Rehanat und ein Dr. Med. Also durchaus Expertise von dem Feld, über das wir reden. Eine Sekunde vor zwölf, Schlussfrage. Sagt Professor Bhakti, die ganze Welt ist dabei, mit nicht getesteten, hochgefährlichen, neuartigen RNA-Impfstoffen vielen, vielen Menschen schweren Schaden zuzufügen und er könne das nicht ertragen. Wie wirkt es auf jemand, der in diesem Feld täglich arbeitet, mit zwei Doktortiteln wirklich weiß, wovon sie spricht und selbst Menschen kennt, die auch an solchen Covid-Erkrankungen schon gestorben sind? Ich denke, das bin ja nicht nur ich, sondern wir haben in Tübingen und auch in Deutschland hohe Dichte an Wissenschaftlern, an Menschen, die sich intensiv mit dem Thema auseinandersetzen und auch, glaube ich, in der Lage sind zu beurteilen, dass das traurigerweise völlig irrsinnig ist, so etwas zu behaupten. Und ich denke, dass wir Grund haben, optimistisch zu sein, dass wir mit der Technologie, die insbesondere auch die CureVac verwendet, einen sehr effizienten und vor allen Dingen Wirkstoff bekommen, der ohne Nebenwirkungen die Menschen schützen wird. Vielen Dank. Vielen Dank für's Zuschauen. Gerne kann diese Diskussion auch im direkten Dialog mit Professor Backti weitergeführt werden. Ich glaube aber, es ist wichtig, dass sowohl die zitierten Studien als auch die zitierten Forschungsarbeiten als auch die so schwer kritisierte RNA-Impftechnologie aus Tübingen stammt, dass dies auch mit Tübingen besprochen wird und dass wir in Tübingen uns klar darüber sind, was hier tatsächlich gemacht wird. Nach meiner Überzeugung ist es großartige Forschungsarbeit im Dienststädter Menschheit und wenn es 5 oder 1 vor 12 ist dann nach meiner Überzeugung vielleicht beim Klimawandel, aber sicher nicht, weil wir Impfstoffe entwickeln. Impfstoffe haben unser heutiges Leben überhaupt erst ermöglicht. Hätten wir nicht durch Impfstoffe die Pocken und manch andere Krankheit ausgerottet, dann wäre es gar nicht möglich, dass wir so gesund in unseren Städten leben mit dieser Dichte an Menschen, wie wir sie kennen und es heute auch in Tübingen tun. Vielen Dank an Dr. Dr. Saskia Biskup für die Mitwirkung und nun bin ich gespannt auf eine rege Diskussion.